ich grüße euch ich möchte wieder einmal auf dächer wände dachstuhl dachrinne und so weiter eingehen die grafik kennt ihr ja die nehme ich jetzt einfach einmal raus ich beginne in der nähe meines null punktes zu zeichnen und ich lege mal mehr geschosse an rechte maustaste geschosse einstellungen über dem og darüber einfügen möchte ich noch ein dg darüber einfügen möchte ich eine einen dachstuhl darüber einfügen möchte ich eben das dach das heißt ich lege jetzt ich das mal auf 1 und 1 eigene geschosse für dachstühle an es gibt auch leute die zwischen den geschossen auch eigene geschosse anlegen für decken ich habe schon darüber gesprochen das sollte man eigentlich ordentlich ausschreiben was hier drin steht das spare ich mir jetzt mal und ich gehe mal ins eg sage okay und bei mir mal mit einer mehrschichtigen voreingestellten in der österreichischen version wand eine mehrschicht gewandt die ich allerdings jetzt nicht nur minus 2 vom erdgeschoss weg sondern wirklich in den dachstuhl rauf gehen lasse und ja das wird jetzt bedeuten dass ich wenn ich das noch auf geschoss zeigen nicht nur ursprungs geschossen in allen relevanten geschossen dass ich mehr oder weniger ist im erdgeschoss obergeschoss dachgeschoss im dachstuhl geschoss diese wand sehe im dach nicht weil es genau hier aufhört ich zeige das mal ganz kurz das heißt ich mache mal x 10 y 18 rechte klein und machen wir mal einen schnitt und der schnitzel zeichen haben hier und ich schneide mal durch das gebäude durch und das habe ich nicht gemacht moment da habe ich was falsch gemacht das t in allen relevanten geschossen nicht minus 6 sondern null aus dachstuhl das war's jetzt gehe ich rein und sehe die wand geht im erdgeschoss los als etwas tiefer um den fußboden aufbau geht durch die geschosse ganz rauf und hört beim dachstuhl auf da jetzt in jedem geschoss ein meter höher die darstellung die grundriss darstellung ist also hier sehe ich hier sehe ich hier sehe ich hier sehe ich nicht mehr immer noch mal in den schnitt noch mal die wände im erdgeschoss schuldigung steuerung a steuerung hat das t nicht dachstuhl das dach das brauche ich so und hier auch auf null gut im schnitt müsste es jetzt bis darauf gehen genau und wie gesagt im dachgeschoss sich ist dann nicht mehr weil eben naja das nicht mehr sichtbar ist aber ich kann ja jederzeit rechte maustaste als transparent pause anzeigen dann sehe ich es trotzdem für das dach gut sollte ich vielleicht noch im erdgeschoss dicken reinlegen 20 decke aus beton stahlbeton decke und auf minus komma zwei minus komma zwei ok lehrter ist der klick das bedeutet im schnitt habe ich jetzt hier meine decke drinnen im grundriss kopiere ich mir habe ich den grundriss strom c strom v daneben klicken strom v daneben klicken das heißt ich habe jetzt im schnitt hier meine decken drinnen ich kann mich auch um die material sache kümmern dass da jeder die wärmedämmung durchgeht indem ich sie einfach hier bei den baumaterialien das eps größer stelle als die stahlbeton decke die jetzt auf 770 ist das kennen wir auch alles schon gehe ich auf 771 oder so einfach größer dann geht das durch so jetzt brauche ich hier zuerst mal ein dach das heißt ich gehe mal in das dachgeschoss also in das geschoss für das dach und baue mir jetzt eine ein einschichtiges also ein mehrschichtiges dach rennen hier diese hier ich möchte jetzt nicht alle schichten mit wärmedämmung und so weiter haben sondern eigentlich nur das was über dem sparen liegt das wäre das hier als konstruktion überstand und ich möchte dass hier ich möchte zum aktuellen geschoss eine höhe von 0 einmal das müsste nicht reichen und ich möchte es sehen im ursprungs geschoss und ein geschoss darunter vorläufig ok wenn ich jetzt jetzt zeichnen will das ist ja ein richtig dann verwende als ein multidach dann verwende ich eben einfach dieses hier für ein sattel dach und wenn ich jetzt hier zu zeichnen beginne sieht man der first wird von links nach rechts hier springt er das heißt wenn ich hier auf gehe und hier weiter ziehe springt er auf diese seite ich möchte aber den first jetzt im grund ist senkrecht verlaufen lassen dann höre ich einfach hier auf hier wird der first war recht hier ist es senkrecht klick wenn ich das jetzt aktiviere sehe ich ja die blaue führungslinie und wenn ich jetzt diese kante an klicke bekomme ich meine pet palette ich kann die kante versetzen meines multidachs und dann setze ich es raus und der first bleibt aber dann so das heißt schon beim reinsetzen kann ich bestimmen wie sich der first verhält wenn ich mir die sache jetzt im 3d anschaue steuerung null ich aktiviere mal alles steuerung sieht man hier die decken die durchgehende wand bei den meisten gebäuden ist es ja so dass ich jetzt nicht eigene wände im werkgeschoss zeichnen sondern komplett durchziehe weil es ja durch geht und oben sehe ich jetzt das dach drauf im schnitt sitzt das dach jetzt hier ich mache aber jetzt mal folgendes ich nehme das dach mal ordentlich runter könnte jetzt hier noch eine dicke angeben überlegen wie viel platz ich dann vom dachgeschoss hier an der ortgang seite noch an der an der jetzt fällt mir der richtige ausdrück nicht ein diese höhe hier die in verschiedenen bauordnungen dann festgelegt wird es gibt bauordnungen wo man dann sagt von der roteck aus darf es nicht höher sein wer mit der 60 das ist noch dass es nicht als zu hoch gilt und so weiter gibt es verschiedene sachen das heißt hier stelle ich mir die höhe ein oder ich gehe von der traufen höhe aus über den nachbar abstand in welcher höhe ich das sitze nur in der höhe wenn ich es im schnitt versetze muss ich darauf achten dass ich nicht folgendes mache so was seitlich versetzen ist keine gute idee gut schauen wir es noch mal kurz in 3d an jetzt sehe ich die wände stehen durch und ich drehe mich so hin dass jetzt diese obere fläche wo ich jetzt ein bisschen drauf schaue ziemlich projizieren das dann erwische ich nämlich nichts anderes um es zu verbinden mir fällt gerade ein ich sollte noch was dazu machen vorher ich gehe mal ins dg nehme mir ein mehrschichtiges bauteil das und zwar eine wand das brauche ich nicht der wand und zwar die die ich genommen habe und baue mir jetzt eine innenwand daraus das heißt dass ihr nicht ich sage neu und nennst iw 25 nix mehr dupliziere ich mal damit ich das original nicht verändere und lösche das mal raus schicht entfernen und aus dieser schicht mache ich einen kalkputz da muss ich jetzt noch auf die ich müsste jetzt noch darauf achten auf die strichstärken und so weiter das spare ich mir jetzt mal weil ich ein fauler sack bin manchmal so jetzt habe ich eine 25 gewandt ich mache noch eine eine iw 10 hlz ok und sage diese wand hier komm 1 bekleidung kern bekleidung ist richtig das was vorher auch schon bei dem anderen und ok das heißt ich kann jetzt hier eine wand machen die ich bin im dachgeschoss und ja kann das jetzt mal mit dem dachstuhl geschoss auf die höhe 0 setzen könnte ich auch höher setzen ich mache es mal auf die gleiche über die anderen und geht von mir aus hier mal eine hätte ich umstellen sollen das war noch die falsche also das weg dann kann ich sowas machen und sage das ist jetzt die iw 25 dann brauche ich noch 10 irgendwo vielleicht hier und das wird so nicht funktionieren aber ich mache es mal trotzdem warum hat das nicht funktioniert weil es nicht mit den führungslinien zusammenstellt steht das heißt wenn ich das jetzt ordentlich verschnitten haben will tausche ich einfach ich sag innen und tausche es aus ja das ist ein blödsinn zurück außen und ich versetze es eben einfach die beiden kante versetzen rauf und schon ist das ordentlich verschnitten hier nicht weil das muss ich natürlich dann auch noch wieder extra verbinden so jetzt habe ich hier meine struktur im 3d die wände waren etwas zu kurz noch ich gehe noch mal kurz rein und ändere diese höhen noch mal steuerung hat das t und sage eben okay mit dem dach verknüpft so steuerung 3 jetzt passt wenn ich jetzt hier auf projizieren setze dann kann ich sehr leicht also fast projizieren kann ich sehr leicht diese dinge alle aktivieren ohne dass ich irgendwas anderes aktivieren das heißt so kann ich die wände sehr gut auswählen ich nehme mir den magnet wieder damit dass das dach irgendwo anklicken kann rechte maustaste wo sonst nichts ist verbinden elemente mit dachschule trimmen und trimmen und schon werden die wände ich stelle das mal kurz auf glas zum zeigen kann ich ja später wieder glas glas normal glas jetzt sieht man wie die wände wirklich gut angepasst werden auf die dem fall oberkante der dachfläche wenn ich diese wände tiefer ziehen in z richtung das heißt oben eine punkt anklicken und darunter sieht man die verlinkung ist dynamisch wenn ich es höher ziehe geht es eben ganz drauf und ist so eben schön miteinander verbunden ich stelle das dach wieder zurück auf die mehrschichtigkeit man sieht wieder irgendwas passt noch nicht offensichtlich ist das styropor und der ziegel stärker als die holzschalung das heißt wenn ich hier ist wieder eine wand und das hier aktiviere damit ich schnell in den baumaterialien finde ich brauche das also eps ist zum beispiel 776 und hochloch ziegel wo ist 730 also 776 es war mehr das heißt wenn ich jetzt das voll holz aus dem das da unten besteht das weiß ich ja weil das ist angeklickt auf mehr als 776 auf 783 nehme verschwindet das man sieht es auch im schnitt zuerst wäre das und das durchgegangen nachdem ich das jetzt verstellt habe ist das holz mehrwert und das zurückläuft und dabei rein und ist jetzt ordentlich verschnitten so jetzt kommen wir zum dachstuhl den ich am besten im dachstuhl geschoss mache wobei es wird jetzt automatisch dort gemacht wo eben das dach wirklich ist also jetzt momentan würde der dachstuhl hier reinkommen und ich muss es dann ändern dass es dann hier drinnen ist aber egal ich gehe in den grundriss ich aktiviere das dach und könnte jetzt ich habe noch was vergessen und könnte jetzt mit dach extras den dachstuhl assistent rufmaker den dachstuhl assistent starten aber das mache ich noch nicht ich gehe zuerst noch mal in das untergeschoss und stellen mir hier mal einen kamin rein objekt kamin diesen hier masse stil ich möchte mit belüftung haben durch mess 1 vielleicht in kein gaskamin dann einen 18 für kachelofen vielleicht wie auch immer und ich möchte dass der in allen relevanten in allen geschossen sichtbar ist und ich möchte eine höhe von gebe ich gleich mal 15 meter rein kann ich bitte noch ändern und setzt den mal irgendwo rein nicht mit hier mal in der mitte am besten so den finde ich jetzt wie gesagt in allen geschossen auch im dachgeschoss und im schnitt schaut er jetzt raus so jetzt kann ich natürlich die bauvorschriften einhalten indem ich hier mal eine kleine hilfslinie mache die hilfslinie steuerung schreibe einmal um den jeweiligen wert der bauvorschrift schrift einmal aufsetzen zum beispiel 6 und eben sagen der kamin entschuldigung jetzt sollte ich ihn nicht stehen hat das t der ist eben jetzt 14 6 hoch wenig das springt um die um die steinhöhe das heißt hier kann ich es anpassen oder wenn der kamin irgendwie seitlich stehen würde werden so etwas bei uns in diesem fall von hier bleibe ich ein bisschen drauf und wird's blau dann kann ich hier meine hilfslinie ziehen die ich dann später wieder gut löschen kann ich nehme mal den kamin zur seite von hier im rechten winkel ein meter und die kante muss eben dann auch wieder höher sein stein hat das t wo haben wir es nehmen mal 14,7 ja würde sich so ausgehen damit die höhe habe hat muss ich aufpassen damit ich nur diese linien erwische so damit und dann kann ich noch die kamin abdeckung das sind diese blauen punkte anpassen indem ich sie mal einfach mal aufnehmen auf die dachfläche das nehmen immer zwei die wird natürlich in real etwas höher sein müssen aber das kann ich ja dann noch machen die anderen blauen punkte sind eben die lagen der putztüren und so weiter der keller fehlt ja je noch das heißt wenn ich jetzt da noch mal näher hingehe und den kamin aktiviere kann ich jetzt diese abdeckung radius 15 plus dann nehme ich einfach mit und hier das gleiche radius 15 plus enter aufsetzen stollen drei das heißt jetzt habe ich eben diese abdecken drauf gesetzt damit ich dann später mit dem blech und dabei reinkommen und jetzt möchte ich hier ein loch in den dachstuhl schneiden was einfach geht ich aktiviere das dach ich nehme als nächsten schritt zwingend das dachwerkzeug und dann zeichne ich einfach rein ich habe rechte hier eingestellt zum zeichnen könnte ich auch mit dem polygon machen das heißt ich zeichne einfach meinen schönen kamin nach und habe jetzt ein loch holzteile sollen mindestens fünf zentimeter vom kamin weg sein also mache ich das loch größer ich klicke das noch mal an fahre auseinander kommen 0 5 enter und hier sieht man wenn ich mir das kurz im schnitt anschaue die kante geht so rein ich möchte aber dass sie gerade nach unten geht das heißt ich klicke die kante an und sage letztes icon in der bett palette die erscheint dieses hier gerade runter und das mache ich hier auch gerade runter so jetzt habe ich hier ein loch mit fünf zentimeter abstand und kann das dann später mit geeigneten mitteln ausfüllen da spare ich mir in diesem video mir geht es eher um das dach ich kann jetzt im dach auch noch nicht das heißt dieses dach wenn ich jetzt das noch darunter sehen kann ich ja mit dem auf geschoss zeigen eigene einstellung die konturen anzeigen ein geschoss darüber ein geschoss darunter schraffuren anzeigen ursprungs geschoss in allen geschossen zwei darunter okay das müsste jetzt so stimmen aber ich mache das eher selten das heißt wenn ich jetzt ins die gehe gehe okay sehe ich es erst hier das dach mit dem loch so ich setze jetzt dein dachfenster ein und sage hier möchte ich ein dachfenster haben hier möchte ich auch ein dachfenster haben hier mache ich mir eine kleine dachterrasse der zeichne ich einfach wieder ein loch rein indem ich es aktiviere auf das dach gehe und hier eben irgendeinen ausschnitt von mache hier sieht man wieder die kante nicht gerade runter kann ich aber wie gesagt auch hier einfach gerade setzen wenn ich das will diese auch oder auch nicht je nachdem und habe ström 3 somit mein dach fertig noch mal ström 3 ich kann jetzt im dachgeschoss natürlich jetzt wenn hier eine außenwand ist alt klick auf eine außenwand und hier auch noch mal eine außenwand rein bauen die sich dann automatisch verlängert dann würde ich natürlich jetzt hier beim dach selber diese kante noch ein wenig nach vorne nehmen damit ich hier ein bisschen einen überstand habe seitlich könnte ich das ausmachen steuerung 3 und natürlich diese beiden wände mit dem dach also groß schreibt hast klick klick verbinden elemente mit dachschere trimmen trimmen und habe eben jetzt hier so mein dach zusammen man sollte bevor man den dachstil macht eben solche löcher fix fertig haben könnte auch auf die t kommen nein das hier störung hat das t soll kein normales sondern soll eine kaupe sein und so weiter aber jedenfalls die löcher sollten einfach da sein so wenn ich jetzt hier im grundriss das dach aktiviere und sage planung dach extras hofmaker von mir aus dachschulassistent wenn ich es gleich als ganzes haben will bei uns wird das eher ein bisschen breiter sein müssen etwas höher aufgrund der schneelast dann hätte ich gerne notrecht und die sparen abstände lasse ich jetzt mal so gelbalken möchte ich heute nicht haben fetten zwischen den sparen nicht sondern darunter first pfette erstellen fußpfette erstellen dazwischen gibt es leider nichts so die first pfette hätte ich gerne 18 auf 32 und die fuß die fünf zentimeter aus klinkung die lasse ich mal die hätte ich gerne 22 32 die müsste man jetzt mit den holz querschnitten arbeiten das stört mich jetzt nicht weiter wechselt möchte ich haben not recht angepasst die größe könnte ich noch einstellen grad sparen habe ich keine also grad sparen brauche ich nicht sage okay und schon wird mir dieser dachstuhl eben eingesetzt ich könnte auch noch mit dem dach vorspringen wo bevor ich das ganze erst mache reingeben so ich schaue mir das ganze im schnitt einmal an man sieht dieses dach wird leider von der unterseite der dachfläche nach oben konstruiert also von der unterseite des bestehenden daches mit der dachstuhl nach oben konstruiert man sieht auch wenn ich das erst später runter setzte wo es hingehört es ist genau der gleiche dach vorsprung verwendet worden das heißt auch das muss ich dann später noch bearbeiten wenn ich es in die richtige höhe schiebe so dieses ding hier ist jetzt teil des daches ich möchte aber dass das der dachstuhl ist natürlich weil ich jetzt dieses geschoss eine meter hoch drinnen habe wird das auch eine meter runter versetzt hier ist die höhe aber es ist ja egal wo es ist ich kann das ja steuerung e dann in die richtige höhe ganz leicht schieben das heißt ich nehme einen punkt ganz gerade nach oben mit der großschreibtaste festhalten das heißt wenn ich steuerung e sage verschiebe ich es ich fahre auf die hilfslinie halte die groß taste fest und finde dann hier meinen schnittpunkt und dann sitzt das in der höhe genau dort wo es sitzen soll das hier passt mir noch nicht das müsste ich dann das breite noch versetzen oder ich mache einen eigenen träger ich glaube ich nehme noch mal weg und mache es noch mal ist gescheiter also das hier stehen hat das t nein nicht schon hat das t tschuldigung planung dach extras ruf maker dachstuhlassistent die wettern leider kann ich hier wo es dann wirklich rein kommt nicht festlegen das heißt ich nehme das mal raus oben ist es okay aber hier mache ich es dann später einfach mit einem träger so das andere habe ich eingestellt sage ich okay dann habe ich es da gehe in den schnitt sage das ding lege ich eben auf das geschoss wo ich es gerne haben will nämlich zum beispiel ins dachstuhl geschoss steuerung e und von hier ganz gerade nach oben großschreibtaste festhalten schnittpunkt suchen dann sitzt es mal dort wo es sein soll muss das ganze jetzt mal kurz anschauen sturm 3 diese aktivierte aus der schnitt aktivierte der sparen sitzt dort wo es sein soll das auch und drei wenn ich mir alles anschaue schaut es eben so aus das ding ist probiert das heißt wenn ich das jetzt in irgendeiner form bearbeiten will muss ich die gruppe aussetzen so schauen wir mal wenn ich jetzt hier wenn es probiert ist rein gehe dann habe ich den sparen dran das könnte auch was anderes sein ich nehme mal die gruppe weg nein durch nicht also ich nehme das wieder hat die ganze gruppe dran jetzt bearbeiten probieren gruppe aussetzen ich nehme die pfette weg und gebe sie aber gleich wieder dazu mit der großschreibtaste gedrückt string hat das t jetzt habe ich die pfette dran hier oben sieht man es das heißt wenn ich jetzt multiple objekte aktiviere eine weg nehme und wieder eine hinzugebe jetzt habe ich den sparen genommen string hat das d dann ist dies der letzte in der reihenfolge und kann ich kann damit was machen und ich kann jetzt zum beispiel diesen überstand mit 80 cm auf 74 setzen ok damit wird das kleiner ich habe mich ich habe mich ein bisschen verschätzt die gehen wir halt zurück ich kann sie dann nochmal machen also bearbeiten probieren gruppe aussetzen wieder ausschalten damit ich dann wieder alle erwische und ich schaue mir zuerst mit schnitt an welchen überstand ich hier habe das heißt das ist ein fehler geworden so messen von messen von genau hier gerade raus bis zum spitze oder bis hier sondern egal radios also um 7 46 muss ich mindestens zurück könnte ich mir jetzt auch merken aber mit der dialog box hat das direkt keinen sinn deshalb mache ich es hier eben ein wenig anders ich aktiviere den dachstuhl mit string hat und t springe ich wieder rein wenn ich das glück habe habe ich den sparen schon dran und sonst muss ich eben die gruppe aussetzen den sparen abwählen und wieder wieder wählen dann habe ich den sparen wirklich dran und kann hier 74 73 73 oder das ist immer noch zu wenig gewesen drück oder ich muss eben mit der kante hier weiter raus um eben diesen wert den wir vorher gemessen haben welche in radios rein springe und kommen 0 74 irgendwas rein schreibe was ich eben zuerst gemessen habe dann wird das größer hat aber den nachteil wenn ich auf dies ist auf diese art mache dass natürlich dann der dach vorsprung verändert wird die höhe verändert wird und ich vielleicht probleme mit dem nachbar abstand bekomme mit der dreiviertel traufen höhe die bei uns für solche dinge üblich ist da ist noch etwas was ich gerade sehe es wird hier oben ist offensichtlich genau zentriert darunter dieser wechsel reingegeben das heißt ich gebe mal dass hier weg damit ich dann einzeln was anklicken kann gibt setzt die gruppe wieder aus gruppe aussetzen man sollte sich die tastaturkürzel merken und stelle das natürlich dann halt da ist noch mehr dran offensichtlich nein eigentlich nicht witzig stelle das dann eben etwas anders ein ja das war falsch zurück steuern e gehen wir mal bis hier hin und ich möchte hier auf diese kante wie gesagt das genaue detail mit der blechanbindung hier unten rein und so weiter das ist dann wieder eine eigene sache das lasse ich jetzt mal hier habe ich den kamin genau in die wand gesetzt zufällig gut das heißt ich habe jetzt einen dachstuhl wo ich die einzelnen sparen in der breite noch etwas versetzen könnte wenn ich die gruppe aussetze dass es gleichmäßig aufgeteilt wird und das heißt bei so einer großen öffnung hatte jetzt zwei nebeneinander gemacht ich habe aber eh eine wand daneben ist vielleicht gar nicht nötig und so weiter aufpassen muss ich auch bei solchen dingen statisch wenn jetzt diese sparen diese kleinen sparen alleine anschaue wenn die dann später auf der pfette auf sitzen dass die statisch auch wirklich gut verbunden sind gut jetzt geht es um die windläden denn ich kann ja hier noch durchschauen konnte lattung lattung ist ja durch die mehrschichtigkeit nicht wirklich dargestellt das heißt wenn ich hier einen windladen zeichnen will am besten geht das eindeutig mit dem träger das heißt wenn ich jetzt hier beim segment holz vollholz zum beispiel nehme und eine höhe von 20 müsste auch reichen und eine höhe breite von kommen 0 22 geholt retter ein brett zum beispiel wenn ich das mal so nehme nehme man noch mal schauen träger und ist egal den nehme ich jedenfalls mal und zeichnen ihn mal von hier einfach nach hier rauf ich habe es zu breit gemacht egal streng hat das t ich kann ja 0 0 22 so nachdem es allerdings von der mitte ausgezeichnet wird wenn ich nicht ein profil verwende steuerung e muss ich es halt noch einmal bisschen raussetzen unten kann ich diesen winkel hier auch anpassen indem ich einfach oben klick hier ist dieser winkel und hier kann ich weiß die frage ob ich ihn finde ja ich gehe mal 90 grad dann passt das dazu dann so den habe ich ausgeschaltet richtig das hier kann ich jetzt spiegeln und diese achse kann ich den vierst nehmen als achse steuerung großschreib m für mirror erster punkt auf der spiegelachse zweiter punkt auf der spiegelachse dann wird das windladen oben noch ein bisschen vorstehen das heißt ich setze noch drei zentimeter oder vier zentimeter nach oben steuerung e diese richtung kann man 04 von mir raus und spiegler ist auf die andere seite steuerung großschreib m hier ist der mittelpunkt hier ist die achse und schon habe ich es auf der anderen seite auch geschlossen mein dach man kann da natürlich auch ein profil verwenden das heißt ich kann hier zwei bretter mit einer abstufung außen machen oben eine blechkante drüber legen die dann unten auf der ebene der dachschalung in das dach einbindet dann habe ich noch eine bessere darstellung klick drauf wenn ich jetzt hier von hier nach hier zeichnen habe ich es auch gleich es müsste es noch ein wenig in der breite verschieben haben wir gesagt da sieht man auch diesen diesen wechsel der jetzt hier nicht mehr ganz passt aber egal genau mal zurück nehmen wir die kante liegt die kante etwas nach vorne dass es eben drüber geht da unten ist der wechsel jetzt drinnen das ist nicht ganz drauf und kann jetzt hier wieder meinen windladen rein zeichnen eben von hier nach hier und von hier nach hier von hier großschreibstaste findet er nichts nach hier wobei ich kann das ja dann schnappen und in der höhe einfach herunter setzen wo ich es brauche ganz gerade bin ich nicht geworden sollte ich vielleicht den zuerst machen wie auch immer da lasse ich jetzt also von hier im winkel habe ich jetzt gar nicht drinnen finde ich ihn irgendwie nein gehen wir kurz rein träger und unten dasselbe auch hier wüsste man ist wahrscheinlich sich überlegen ob ich den balken so reinsetze oder senkrecht aber ich kann das hier auf alle fälle mal reinnehmen hätte vorher machen sollen und kann hier eben eine abdeckung reingeben oben eine rinne montieren und so weiter wie gesagt ich müsste seitlich noch ein bisschen verschieben so geht es um die dachrinne als nächstes dachrinne findet man hier rinne nicht die regenrinne hier ich sage ich hätte gerne sowas ich hätte gerne mit aufhängungen ok gehen wir es durch mit abschlusskappen 35 grad und position aufhängen gleich ob ich ja es ist egal das könnte ich ja nicht sparen dann anpassen dann gehen wir weiter ich möchte hier einen runden ablauf oben und 150 also 1,5 und ich setze das mal in den runden am besten rein wo bin ich ich bin in bin im dachgeschoss ich möchte das beim dachstuhl von mir aus haben und setzt das mal einfach rein ziehe es mir in die richtige länge ok hier habe ich die ecke hier ist ablauf den ablauf kann ich mir jetzt noch seitlich so verstellen dass ich dann an die ecke meines gebäudes hinkomme wo ich eben will kann ich ganz genau zum beispiel genau hin fahren und dann wieder um den wert zurück den ich halt brauche so steuerung nach den schnitt zuerst hier sind wir und steuerung in die höhe wo man eben das dann brauchen würde mal her ob ich jetzt hier das an den sparen oder seitlich aufgebe das heißt das kann ich mir ziemlich genau anpassen ich kann es auch etwas rein nehmen so dass ich ganz sicher rein treffe oder darunter nehmen unter die blechkante da kann man sich damit spielen so dann brauchen wir natürlich auch eine steuerung hat das t nennt dazu passenden wenn zu passen des komplexes fallrohr wieder rund mit aufhängung mit fallrohr kopf stück wenn ich das haben will oder auch nicht mit den verschiedenen abmessungen hier zum beispiel die 40 cm wird zu wenig sein da kann man rücker mal auf 80 gehen kann das dann später noch alles anpassen und so weiter geben einfach mal durch ob ich einen rohr krümmer haben will oder einfach gerade runden auf aufhören will aufhängungen gleich im abstand von eine meter von mir raus und ob ich sowas haben will oder nicht fertig ok und einmal fehler gemacht habe ich das geändert alt klick zurück und dann setze ich eben mein fallrohr komplex mal rein steuerung e das heißt einmal zur wand das hier anpassen auf die mitte steuerung e genau rein so das ganze jetzt im schnitt nämlich das mal raus dass ich das dann als ansicht quasi sehe gehört es dann ist die frage ob man das dann steuerung hat das t projiziert mit untersicht in allen geschossen habe ich es drinnen das passt steuerung e gehen wir es mal runter auf die höhe wo ich es eben dann brauche ziehe ich es eben rauf kann es hier und hier und hier und hier anpassen ich bin zu knapp dabei ist egal steuerung 3 das heißt hier habe ich jetzt mein fallrohr eingebaut dieses hier und dieses teil steuern großschreib ein mirror erster punkt auf der spiegel achse zweiter punkt auf der spiegel achse und schon habe ich es auf der anderen seite auch ich könnte jetzt mit dem fallrohr nach vorne nach hinten gehen und das ganze eben einstellen welches brauche aber die die einstellungen sind noch nicht dort wo ich sie haben will das heißt das kann ich dann auch alles anpassen wie ich es eben haben will die aufhängungen ebenso die aufhängungen kann ich natürlich dann genau auf die sparren legen wo man es eben dann haben will die sparren haben die einen mittelpunkt wenn ich jetzt das und das steuerung 3 mir alleine anschaue die hätten einen mittelpunkt das heißt wenn ich die hier da so nehme und auf den mittelpunkt gehe dann ist es genau in der mitte dann kann ich das noch alles genauestens einstellen und aufeinander abstimmen wenn ich die zeit dazu habe wie gesagt jetzt würde nur noch hier die verblechung rein gehören das spare ich mir jetzt ich danke für die aufmerksamkeit und ich hoffe ich konnte euch wieder interessante dinge in bezug auf die dach herstellung zeigen schöne grüße aus salzburg